Actions ist eine ganz interessante neue iPad App, die kostet aktuell 79 Cent Einführungspreis. Beim ersten Mal dachte ich, hä, was will ich denn damit? Ist ein Fernbedienungs-Touchpad für den Mac quasi. Also, ja, hört sich komisch an, aber man muss es mal gesehen haben, könnte zumindest beim produktiven Arbeiten auch ganz praktisch sein. Ich habe hier so eine große Oberfläche von Symbolen, mit denen ich quasi bestimmte Aktionen auf dem Mac steuere. Auf dem Mac hier habe ich so ein kleines Programm laufen, das läuft im Hintergrund. Das heißt Action-Server und verbindet sich einmal mit dem iPad über das hauseigene Wi-Fi-Netz. Da kommt es in die Nummerncode-Abfrage, damit ihr keinen fremden Mac übernehmen könnt. Und wenn ich jetzt quasi hier, ich bin mit dem Mac verbunden auf dem Find, dann kann ich jetzt sagen, hier, leg mir einen neuen Folder an, zack. Ich fahre mal ein bisschen hoch, dann seht ihr das. Legt er mir halt neue Folder auf den Schreibtisch an. Ich kann auch sagen, leg mir den Folder wieder in Müll. Da unten habe ich eine Mülltonnen-Taste, drückt da drauf, dann schmeißt er mir den weg. Und ich kann auch, wenn ihr jetzt den Mülleimer da hinten seht, sagen, hier, ich komme mal hier mit dem iPad ein bisschen mehr ins Bild, hier seht ihr den vollen Mac-Müll-Eimer, da hinten sage ich Empty Trash, dann leert er mir den Papierkorb. Er will jetzt hier eine Bestätigung, weil das so eingegeben ist bei dem Mac, zack. Und der Mülleimer wird geleert. Das ist nur als kleines Beispiel, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Ihr seht, es gibt hier eine ganze Reihe Aktionen, die ihr dann steuern könnt. Viel interessanter ist dann aber noch die Tatsache, dass ich ja nicht nur mein Finder steuern kann, sondern eben auch bestimmte Programme auf dem Mac-Hop. Jetzt bin ich im falschen Setting. So, hier habt ihr eine Liste mit Vorgefertigten, also mit Programmen, für die bereits Befehle existieren. Nehmen wir mal Photoshop zum Beispiel. Also Leute, die viel Bildbearbeitung machen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es hin und wieder Sinn macht, sich das iPad mit den großen Tasten daneben zu legen. Wenn ihr mal durchschaut, ich habe hier eine Mega-Liste Photoshop-Aktionen. Das ist alles Photoshop. Aus denen kann ich mir so ein kleines Touchpad zusammenstellen. Ich kann sagen, die Aktion möchte ich hier in dieser großen Form liegen haben. Und kann das dann speichern, kann es meinem Photoshop auf dem Mac zuweisen. Das müsst ihr, wenn das ausprobiert, dran denken. Es reicht nicht, die Aktion anzulegen. Dann gibt es hier noch einen Button, wo man quasi sagt, hey, die Set bezieht sich jetzt auf genau diese Anwendung. Und einmal verknüpft, könnt ihr quasi diese bestimmten Anwendungen auf dem Mac dann durch das iPad bedienen. Was echt eine Erleichterung sein könnte, wenn ihr jetzt viel Bildbearbeitung macht. Ihr hockt den ganzen Tag da und habt hier die Möglichkeit, kurz nebenher per Kurzbefehl bestimmte Aktionen zu aktivieren. Ich finde, von 79 Cent kann man es zumindest mal ausprobieren. Der Einführungspreis ist echt attraktiv. Schaut es euch mal an. Ich finde es ganz witzig und kann mir das ganz praktisch vorstellen, wie gesagt. Dankeschön.